Hallo meine Lieben, vielleicht hört ihr es, ich bin noch ein bisschen angeschlagen in meiner Stimme. Ich war ziemlich lang krank und sorry, dass wirklich so lange kein Video mehr kam. Es werden jetzt wieder mehr Videos kommen, wenn es mir wieder besser geht. Und dann starten wir doch gleich mal. So, wie ihr seht, sieht mein Gesicht gerade nicht gut aus. Meine Augen sind extrem stark geschminkt, einfach weil ich mal wieder Lust hatte, mich richtig zu schminken und richtig viel schminken, mal wieder auszuprobieren. Und ich habe aber kein Concealer drauf, ich habe kein Make-up drauf, ich habe noch gar nichts in meinem Gesicht gemacht, ich habe wirklich nur die Augen und die Augenbrauen gemacht. Und ich dachte, es ist Zeit für ein First Impression Video. Heute ist ein Make-up angekommen, das ich mir bestellt habe bei Douglas und zwar von MAC. Ich zeige euch das hier direkt mal. Und zwar ist das, ja, ziemlich gehypt. Das ist das Studio Fix Fluid in der Farbe NW10. Das ist die hellste Farbe mit leichtem rosa Stich. Und ich habe ja eine sehr, sehr helle Haut und deswegen wollte ich das unbedingt mal ausprobieren, weil es immer hieß, wenn du so helle Haut hast, dass du in der Drogerie wirklich nichts findest, dann könnte das hier was für dich sein. Und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich war in keinem Make-Store oder Douglas, um das auszuprobieren und habe mir jetzt einfach mal auf gut Glück diese Farbe bestellt. Ja, also zuerst, es kam ohne diesen Pumpspender. Ich zeige euch das mal. Also der hier, den musste man extra kaufen. Das ist für mich ein ganz fettes Minus. Es kam nur mit einem ganz normalen Deckel. Und wenn ihr das Make-up dann natürlich benutzen wollt und da immer mit eurem Schwämmchen oder Fingern oder Pinsel reingeht, dann kommen da so viele Bakterien rein, dass man davon natürlich Pickel kriegen kann oder kriegen wird. Und das wollte ich nicht eingehen, deswegen habe ich mir so einen Pumpspender dazu bestellt. Der hat auch so eine kleine Kappe oben. Der kostet 7 Euro extra. Fand ich nicht so cool, aber ich habe mir halt gedacht, okay Lena, wenn du dir jetzt ein teures Make-up kaufst, Make-up hat 29,50 Euro gekostet. Wenn du dir ein teures Make-up kaufst, dann kaufst du dir auch einen Pumpspender dazu. So, fertig. Und bei Douglas ist es ja auch so, wenn man online was bestellt, gibt es meistens so viele Rabatt-Coupons. Also einfach mal googeln, Douglas Rabatt und man kriegt immer mindestens 5 Euro oder 10 Prozent. So Gutscheine gibt es eigentlich immer wieder. Und ja, ich trage das Make-up mit euch zusammen jetzt mal auf und wir schauen einfach mal, wie es aussieht. So, ich trage mir das Make-up auf die Hand auf. Ich nehme mal zwei Pumpstöße. Und benutze meinen Beauty Blender. Ja, das Make-up ist auf jeden Fall hell. Vergesst trotzdem euren Hals nicht. Der ist trotzdem super wichtig, auch wenn ihr eure Make-up Farbe gefunden habt. So, okay, also zwei Pumper haben bei mir jetzt nicht gereicht. Ich nehme noch einen Pumpstoß dazu für meine Stirn. Normal benutze ich ja recht wenig Make-up, aber ich war ja krank oder bin auch noch ein bisschen krank. Und wenn ich krank bin, dann kriege ich viel, viel leichter Pickel. Und ich habe jetzt auch vereinzelt so ein paar Pickelchen. Und da ist so ein Make-up doch ganz gut. Ich benutze sonst immer nur BB-Cream oder halt einfach gar nichts. Okay, also ich gehe mit den Fingern jetzt nochmal einfach ein bisschen drüber. Weil ich das Finish jetzt gerade nicht so besonders schön finde. Ich sehe, also das Make-up ist wirklich heller. Es ist fast zu hell für mich. Aber zu helles Make-up kann man ja immer noch ein bisschen abrunden mit ein bisschen Bronzer. Oder ja, ich bin ja auch noch nicht fertig mit meinem Gesicht. Gerade sehe ich so ein bisschen leichenmäßig aus, finde ich. Also das ist jetzt gerade das, was ich denke. So, aber jetzt trage ich am besten erst mal noch den Concealer auf. Da benutze ich den, den ich eigentlich immer nehme. Von Sephora. Diesen Touch Lumiere Concealer. Das ist auch eine sehr helle Farbe und zwar 03, Claire Light. Und das trage ich mir dann hier unter dem Auge und in so einem kleinen Dreieck auf. So, und das Make-up ist ein matifierendes Make-up. Also, das macht die Haut matt. Aber ich finde trotzdem, dass ich noch ein bisschen cleanse. Vor allem hier an der Stirn. Und deswegen nehme ich meinen Chanel Puder. Das ist in der Farbe 22 Rose Claire. Hat auch einen rosaton. Weil ich einfach so einen rosa Unterton in der Haut habe. Und den trage ich einfach mit so einem, ja, Rouge Puderpindel auf. Einfach um das Ganze auch noch ein bisschen zu setten. Also, ich finde, die Deckkraft ist schon ziemlich krass. Ich trage ja normal kein richtiges Make-up. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man einen Puder drauf macht, dass man da nicht so ein bisschen cakey aussieht. Und ich weiß nicht, ob man das sieht an meinen Lippen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass es wirklich an der Lippenkontur zu Ende ist. Und man sieht, die sind hier auch schon so ein bisschen, ja, aufgehellt vom Make-up. Was ich aber schön finde, wenn man dann einen Lippenstift aufträgt. Dann gefällt mir das, wenn das Make-up das macht. Aber wenn man das jetzt ganz natürlich haben will, finde ich das nicht so schön. So, ich konturiere dann mein Gesicht noch ein bisschen. Dafür nehme ich den Hoola Bronzer vom Benefit. Und ihr seht, ich sehe schon das Pfändchen. Hoffentlich hält er noch eine Weile. Und von Real Techniques diesen, ja, Gesichtskonturpinsel. Der ist so ein bisschen abgerundet oben. Und konturiere mein Gesicht. So, jetzt habe ich fertig konturiert. Jetzt muss ich natürlich auch noch highlighten. Habt ihr vorhin schon als meinen Spiegel gesehen. Den Mary Luminizer. Benutze ich als Highlight. Und zwar nehme ich da einfach einen Rouge-Pinsel. Und mache das wirklich nur oben an die Ecke. Und tupfe das dann einfach so ein bisschen drauf. Und ich brauche immer noch ein bisschen Rouge. Weil ich sonst immer so ein bisschen flass aussehe. Obwohl ich konturiere. Und dafür nehme ich von MAC. Diese Farbe, die nennt sich Well-Trust. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Blush. So, also mein Make-up wäre jetzt fertig. Was ich jetzt hierzu sagen kann. Ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen informiert. Ich habe an sich eine ziemlich trockene Haut. Dafür ist das Make-up nicht so gut geeignet. Beziehungsweise man muss es natürlich... Man muss die Haut natürlich, bevor man das Make-up benutzt, super gut eincremen. Weil sich das nämlich an trockenen Stellen... Wie zum Beispiel hier habe ich manchmal eine trockenen Stelle. Oder an den Nasenflügeln, wenn man erkältet ist, kommt es ganz oft vor. Setzt sich das so ein bisschen ab. Oder es betont die trockenen Stellen, sage ich es mal so. Und sonst finde ich das Make-up eigentlich wirklich gut. Also für Leute mit einer richtig hellen Haut kann ich das Make-up nur empfehlen. Laut Douglas Website ist dieses Make-up limitiert. Ich weiß nicht, ob das einfach auf den Zeitraum oder auf die Masse limitiert ist. Das kann ich euch nicht sagen. Aber wenn ihr wirklich helle Haut habt und das nötige Kleingeld habt, dann kauft euch dieses Make-up. Ja, also wie gesagt, Make-up kostet 29,50 Euro. Pumpspender kostet 7 Euro extra. Würde ich euch aber wirklich empfehlen. Einfach aus hygienischen Gründen. Und meine Videofrage heute ist... Was habt ihr für einen Hauttyp bzw. was habt ihr für eine Hautfarbe? Habt ihr eine sehr, sehr helle Haut, dass ihr dieses Make-up benötigt? Oder eher so eine, ich sag mal, normale Haut, dass man alles aus der Drogerie einfach nehmen kann? Ja, schreibt mir das doch in die Kommentare. Und schreibt mir, wie ihr dieses First-Impression-Video über das Make-up fandet. Und wie ihr mein Make-up heute fandet. Ich find's ja eigentlich schon fast etwas krass, ne? Aber so ab und zu geht das mal. Schreibt mir auf jeden Fall das alles in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gebt mir noch ein Däumchen hoch oder lasst mir ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und im Augen-Make-up dieser schöne, wärige Ton drin ist, was einfach die Farbe des Herbstes ist. Und dann bis zum nächsten Mal.